Prozent Prozent drei sechsjährige sind auch 18 Tufel so ich brauche noch 400 für mein Old Waste Shit das heißt zwei Mischungen da bist du du hast gesagt Road to Diamond Jan I mean sure Not happening I mean why the fuck not Not happening We're playing the worst Invite me Oh wait you can't Yes you can Natürlich kann ich So ich muss zwei Mischens machen für mein Skin Warte es meine Dailies Zwei Games 2500 Damage Gibraltar und Outlive Outlive is not happening so Ja 200 Was 200 Du Level Mach so Ja Warte irgendwie hab ich Lust wieder eine Dönerbox aber heute hat Dings zu Ja Also Moving on Und so Hm Ready to go Ready to go Immer noch schwarze Balken Awesome Wir haben noch gar nicht das neue Apex Video geguckt Was für ein neues Apex Video Ich hab heute ein neues Auge hochgeladen das von gestern Achso das hab ich schon geguckt Wann? Als du heute früh beim Aldi warst Ja Ich dachte erst mal du warst Wann warst du wach? Oh Du achten nicht genug. Was so? Basically die Sekunde, als du weggegangen bist, bin ich aus meinem Bett aufgesteckt und ins Bad. Beziehungsweise vom Bad gekommen. Was so? Here goes now. On me. Okay! Yes! On you? The two cut the beak. Okay, can you die though? Hammer for us. And this thing had a bit of the beak of me. Haha. Hey, komm mal her. Ich bin Dickerchen. Ich bin Dickerchen. Du brauchst keinen Precision Shock für deine Peacekeeper, die du hoffentlich diese Runde spielst. Nope. Nein, aber dankeschön. Sniper Stock. Level 3. Sniper Stock. Level 3. Okay. Wir sind in der Zone. Impressive. Weißt du, ich war heute morgen so im Bett. Mhm. Und ich war so müde, wa? Und ich hätte eigentlich weiter schlafen können, wa? Hab ich gedacht, ich hab dann dran gedacht, was du gesagt hast. Und jetzt einfach ins Badezimmer gehen. Kaltes Wasser ins Gesicht. Da hab ich mir so, alter. Wenn ich jetzt einschlafe, dann stehe ich bestimmt nicht vor zwölf auf. Weil ich hab dann keinen Wecker mehr. Ja. Also hab ich mir gedacht, so okay, we're moving on. Literally. Und stehen einfach auf und gehen ins Badezimmer. Weil ich wollte, ich musste, und dann bin ich ja sowieso in der frischen Luft. Und dann werde ich so, und dann werde ich wach. So oder so wach. Hab ich getan. Und hier bin ich. Unter mir irgendwas irgendwelche. Aufwänder oder so. Jupp. Da unten. Weißt du, was ich jetzt mache? Schau an mich. Okay, Faker Play. Links. What the fuck? Nein, 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 nein. Hast du. Ich bin hinter meinem Schild. Er kommt! No, 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 no. Meine Schülte. No. Mein Schild. MVP. Not 1 HP at all, by the way. Mein Schild. What? What? Hat sie einen Phoenix Kid? Nein. Aber das hier. Quack das. Alter, mein Schild, Alter. Sag, mein Schild war MVP. Er wollte dich punchen, oder? Select Fire. Ja. Am Ende wollte er nicht punchen. Also, was hast du gesagt? Spitfire, Select Fire? Nein, nein. Ey, die will ich haben. Äh. Ja. Okay. Okay. Moving. Well. Okay. Also, du machst immer Straight Lines, wa? Mit deiner Ult. Und wenn ich durch andere Portale gehe, dann sehe ich immer irgendwelche Zick-Zack-Muster, weil die keinen Plan haben, wo die lang gehen sollen. Okay. War hier Drop? War hier what? Oh! Hier! An mir! Da kommt noch mehr. Noch mehr. Halt dich schnell. Ah, rechts. Links. Opening the sky. Der ist unten drin. Der ist unten drin. Bei mir? Ja. Oben. Geil. Null Bullets getroffen. Ich gehe hinter ihn. Ich bin block. Low HP. Hast du sie? Gib mir das. Okay. Das ist nicht so gut. Er ist hier. Ja. Ja. 21 Headshot. Er hält sich gerade. Fuss ihn. Stopp. Wie online, boi. Wie online, boi. Oh, das ist ein Glück, habe ich einen 3er-Mac noch gefunden, alter. Hier sind Hammer-Points, doch. P20. Ja, das ist nicht passiert. Nein, das ist nicht passiert! Schau dich! Schau dich! Shhh! Hab ich nicht. Aber? Ich spiel lieber andere. Aber Hammer-Points machen Spaß. Ja. Und es ist nur... Und es ist... Und es ist... Und die Waffe ist Noob-Proof. Und die Waffe ist Noob-Proof. Okay, ouch. What?! Das war... Gar kein Front! I took it as one. Okay. Dann nehme ich's zurück. Oh, ich höre Teller. Gibt's Essen? Das wäre... Das wäre insane. Loll. Wahnsinn, warum wird mir sowas nicht einfach direkt serviert? Nein, hat mir meine Mutter halt also geschrieben? Nö. Deine Mutter schreit dir nicht ernsthaft, oder? Das hast du mich schon mal gefragt und ich hab dir gesagt, doch tut sie. Weil meine... Weil meine Tür ist... Immer abgeschlossen. Und... Und... Wenn... Ähm... Und... Es kann manchmal sein, dass ich's nicht höre, wenn ich gerufen werde. Warte mal, ich kriege den Bruder. Mach ich immer. Und ich das Klopfen auch... Und ich das Klopfen auch nicht höre. Also schreibt sie mir. Weil, warum nicht? Ist doch... Ist doch viel praktischer. Ja, Fender. Wie viele Kills hast du? Drei. Gut. Das heißt, einer hat überlebt. Ja, ich hab vier. Das heißt, einer hat überlebt. Nee, der andere... Der andere wurde mir weggenommen. Achso. Von... Steps? Close, oder was? Hab ich was gehört? Ja. Ja. Obendrauf. Oben... Obendrauf. Mit der Zip. Er guckt gleich runter. Safecore. Hast du... Hast du Ult? Jetzt hab ich Ult. Schmeiß die... Hier hin. Ich hoffe, die trifft. Ich hoffe, das trifft jetzt so. Alter. Korsig. Bleibach. Okay. Ich muss müssen weg. Ja, Amor getroffen. Tja. Die sind jetzt runter oder sind die nicht? Nein, die sind nicht. Nein, die sind nicht. Ich glaub, der hat einen 1er EBU gehabt. Eine... 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 Amor broke. Amor broke. Oh, Low HP. Amor broke. Weil ich kann mir ein... Portal ist auch unten. Portal ist... Portal steht hier unten. Okay. Sehen die mich gerade? Lass mich noch kurz heilen, bevor wir hochgehen. Okay. Ich wär soweit. Ja, nein. Not happening. Okay. Fuck off. Ich hab gar keine Batterien mehr. Ich kann der eine donken. Ich mach gut Schilzeln. Ich schmeiß Granaten runter. Alter, wie lange hält das Ding? Au. Ne, aua. Und jetzt sind wir noch in dem... Jetzt sind wir auch noch in dem ziemlich schlechten Spot. Ich geh... Ich geh... Ich geh toten Winkel. Ich dachte, wir könnten schnell genug hoch oder sneaky hoch. Oh, ich bin nicht im toten Winkel. Das war das. Gut. Dann warten wir halt, bis die runterkommen. Dann risken wir halt nichts. Ich würd die gern ein bisschen trocken für meinen Evo. Was? Wie viel brauchst du noch? 225. Komm ich nicht... Heißt du... Immer dann, wenn ich einen gewissen Legend brauche, hab ich ihn nicht. Hast du nicht? Ja. Ja. Komm ich hier echt nicht hoch? Ne, ne? Ja, einer hat aber einen Sennalpack. Kann ich mich irgendwo hinstellen, wo ich dich gut poken kann? Ja. Craver. Das bringt halt auch nix. Ei, meh. Hätte ich einen Bruiser-Visier, könnte ich die besser sehen, Alter. Ja. Minus 27. Minus 32. Ich glaub die haben keine Schlitzel in der eine. Der, 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 das ging in die Armour. In die, in die HP meinst du. Ja. Ah, okay. Minus 35. Er ist glaub ich gleich tot. Ja, noch. Er wird hochgeholt. Guck mal, wo ich stehen kann. Ich steh hier. Er muss nur piken. Dann ist er dead. Kannst du noch weiter hoch? Nein, leider nicht. Er heilt sich. Kannst du nicht nach links? Ich hol die jetzt runter. Ich, ich, ich hol die jetzt runter. Der ist immer noch oben. Armour. Ein, 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 ein. Armour broke. Die sterben. Beide tot. Nein, nein. Der, der ist nur einer finished. Der eine ist nur finished. Er ist noch einer oben. Er holt ihn hoch. Nein, du hast den einen finished. Wait. Kann ich nicht? Komm, peek einmal. Bitte. Nur einmal kurz. Er hat sich geheilt. Armour broke. Runter gesprungen. Okay, du, du Bitch kommst jetzt her. Ganz hinten. Sollten wir nicht einfach chillen. Oh, der hat einen respawn. Der hat einen respawned. Lass da hin. Lass da hin. Scheiß auf den. Der ist weak. Ah, lösen nur noch zwei. Er hat den auch respawned. Ja, fuck this guy. Komm mit. Wir gehen zu den anderen. Die sind besser ausgerüstet. Ach man, sowas tiltet doch. Einer hat vierer. Pass auf. Geh def, geh def, geh def, geh def. Der ist broke. Der ist broke. Okay, ich hab rot. Ich hab nur noch vier Schilds hin, Alter. Ich hab sechs. Er ist close. Ich geh hoch. Ich geh außerdem. Ich flink. Nicht sterben. Irgendwas sagt mir, dass ich tot bin. Ich hab auch keine ammo mehr. Ja, ja, ja. Push, push, push. Ammo broke. Okay, broke, broke, broke. Ich geh schnell looten. Der hat absolut nichts, meiner. Ja. Der war ja auch respawned. Ja. Hast du Schildser? Cause I have fucking two. Hast du Batterien? Wie viele hast du insgesamt? Die drei. Okay, dann nimmst du die zwei. Du hast Koldama. Ich brauch nur eins wegen Ratchet. Wir sind detected. Die sind hinter, die sind da. Die sind hinter dem Stein, wo du auch gerade warst. Aber, oh, einer so ein Mido. Lass den einen hier pushen. Komm mit. Okay. Wait. Was für, was für, was für, was für, was für. Äh. War da zwei? Er holt ihn hoch. Aber du kannst mich hochholen. Aber, Brock. Ist das deine? Okay. Bitte. Ich halte weg. Wieder noch. Keine Armour. Okay. Ich hasse das Spitfire. Okay, aber. Weil, wenn du ihn nicht umburstest, und dann noch geslowt bist, dann bist du dead. Okay, meine Mutter wollte kurz was tun. Kurz weg. Jo. First round, first win. Du ist fucking okay.